Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Zenless Zone Zeebo So, wir haben gestern ja den neuen Teil der Story angefangen von Kapitel 2 Da haben wir auch die Polizistinnen kennengelernt Heute machen wir dann natürlich auch weiter Aber bevor es jetzt weiter geht, werden wir uns erstmal an die täglichen Sachen widmen Wir haben heute zur Auswahl Suspens, Tragödie und Werbung Dann schauen wir mal Dann nehmen wir das mal Dann nehmen wir das mal Und das Wattah Inga Dab Dann gehen wir mal unser Rubbel los holen Gönnen wir uns eine scharfe Nudelsuppe Ich wusste es Gestern als wir in dem neuen Teil der Stadt waren Da gab es auch ein Nudelgeschäft Und ich war mal gestern sehr unsicher Ob er in der 6th Street Ein Bart hat oder nicht Und tatsächlich ist es so Dass er in der Stadt Keinen Schnurrbart trägt Und hier trägt er einen Schnurrbart Finde ich geil Oha Wir kriegen hier Nudelsuppe zum Nulltarif Dann nehmen wir die mal Dann nehmen wir die mal Npotenzial Entschläft Um Un Un Ja! Wenn du viel zu essen möchtest, dann kann ich kein Tee trinken. Wie? Wir können keinen Tee trinken. Hä? Okay. Entspannend. Ia ist noch ein bisschen zu Hause. Wir haben die Räu-Lübücher-Sche. Ich habe zwei wenige Jahre, so Sie können Sie sich nun auf der Räu-Lübücher. Was für eine Räu-Lübücher, dass Sie sich in die Räu-Lübücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher-Mücher. Ich habe schon einen Tag über Sie. das war Das war's für mich. Ich muss alles nicht beurteilen sein, aber ich muss mich nicht beurteilen. Das ist wirklich unbehörbar. Wenn du deinen Begut von Eentzowel hinterher gehst, hast du schon seit 6 Jahren eingestellt? Du musst du interessierst auf dich? Oh, ich würde mich nicht beurteilen, wenn du dich nicht beurteilen willst. Das war's für heute. Oh, genau. Ich habe einen Kunden mit dem Auto zu holen. Ich habe mich plötzlich daran erinnert. Ich habe mich daran gedacht. Herr Schüren, Herr Schin. Herr, Rind. Das ist ein paar Mal. Ich habe mich und Herr Schüren zu beheben. Das ist ein Krohko. Wenn die Mutter hierher kommen, dann haben wir noch ein paar... ...S-S-S-P-A-I... Ich kann auch nicht sagen, was ich... Was ist das? Ich sage, dass ich nicht so etwas sagen kann, was ich nicht wissen. Ich weiß nicht, dass ich nicht wissen. Ah? Ich weiß nicht, dass ich nur Leute in der 6-B-M-N-A-I... Ich sehe, dass alle alle Zeit auf das Training zusammenarbeiten müssen. Aber ich finde, dass ich mich immer an, die Menschen anbietern, in der 3-B-M-N-A-I... Ich weiß nicht, wenn ich eine Ahnung kann, dass ich dir ein... Soll ich sagen, dass wir beide einigen, die zwei Jungs auf die 6-B-M-N-A-I... Es gibt nur einen Namen mit dem Namen, die in den Namen nicht verabschieden sind. Sie sind... Das war's für mich. Das war's für heute. Aber bevor wir das machen, gehen wir unseren Kaffee gönnen. Ich habe die Ich bin ein, was ich? Ich habe das Gefühl, dass ich mir die Kraft habe. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich mir alle Kraft habe. So, welchen Charakter machen wir als nächstes? Ähm... Eine Sache, wir haben doch einen Aufstieg gemacht. Das heißt, wir können doch eigentlich die hier erhöhen, oder nicht? Tatsächlich. Das ist ein Schlesch. Das ist ein Schlesch. So, dann machen wir noch Ben. Das ist ein Schlesch. Das ist ein Schlesch. Das ist ein Schlesch. Das ist ein Schlesch. Oh, das ist ein Schlesch. Auf jeden Fall. Das war's für mich. Das war's für mich. die nächste stufe 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 9 5 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 6 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 Was ist das? Was brauchen wir für Kollegen? Für Kollegen brauchen wir noch einmal die Kralle. Oh scheiße, ich hab den voll schon in Bang-Boo genommen. Der ist noch schlimm. Das war die Kralle. Das war's. Das war's. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Gehen Sie nicht! アップ fris Ach! Den und der greysteh! Oh, ja, grüß! Soll Soll it be Soll it be Okay. Und jetzt? Oh, ja! Oh, ja! Ja! Ben! Einhörning! Oh, ja! Weisigut, nalasen! Känma, olo olo, schoner! Känma, naめんな! Tö! Töre! Töre! Das war's für heute. Jaa! Jaa! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Hau! So schnell geht das. Gleich nochmal. Du. 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 工事現場は天井だ! Du. So… うら! いよい! So. 地方工事! Du. 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 So. Du. 橋元ならずぜ! ふん… 現場はうろうろするな! 不安然強度を禁止! 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 来て! さぁ! おりゃ! さぁ! おりゃ! ちょおら! ちょおら! ちょお! ふっ! おりゃ! ふっ! 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 黄色いテープの外にいろ! マジでぶっ叩かれてぇんだな! ふっ! 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 どーれ! シンムクッサク! ふっ! マニュアルは絶対だ! ふっ! ほっ! ここは現場だ! 先入り転勤! ふっ! やぁ! これはどうだ! 耐えら! 正直 sost だ! ぶっ! はっ! もうよく混おっにしと大動き! 毎ення团振足をおう! その負環罄購して limitations! 怒気が取り出されるほどあるまでなく! 落到溶き立面! 先入り転勤 prelim弹! Das war's für heute. Das war's für mich. E-Lite im T-P-L-E-E-R! Keine! Ah! Was... Lasset so, Herr Kachau! No, der高elte! Ja! O-S-G-T-O-N-R-S-Z! U-M-M-M-A-N-O-R-E-R-O-N-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R! Ja! Hey! Was it? Ja! Ja! Goh, Donner! Fürshaft! Okay. So, Belohnung ist drin. Äh, wo ist Kulleder da? Nein, das war's nicht. So. Das reicht. Okay, ein 7 ist Maximum. Okay. 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 So dann habe ich morgen nur noch hier die Ult. Und danach kann ich aber kann ich dann auch den Motor noch mal erhöhen? Äh, ich habe nicht genug. Ja gut, dann wird das auch Morgan in Angriff genommen. Oh, ist sie drinnen? Okay, dann testen wir sie zuerst. Dann ist heute der Release von ihr. Dann ist sie von ihr. Ja. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ja! Huh! 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 Wissi ni sta da Bekki o stete! Huh! Aなたたちも囲まれている Huh! Huh! Toまりなさい! Huh! 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 Huh- Huh! 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 Okay, das spielt sich richtig geil Na gut, dann wissen wir ja wie man ihn spielt, er ist ja immer im Main-Team. Das ist ja, der Kaffee, der Kaffee, der Kaffee, ist ja immer im Main-Team. Das war's für mich. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Geht's nicht so gut! Was ist das? Gehen! 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 Das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Ese Hunde. Und dann noch Nicole. Das war's für heute. Hef eh-heh-heh! Dunno! Lass mich das! Uh! Ui! Mhm! Geh-heh-heh-heh! Starlight Power! Geh-heh! Uh! Undy... Ich bin hier! Oh mein Gott! Das war's für mich. wieder ein neues event das event habe ich fertig habe ich alles gemacht eigentlich das habe ich auch erledigt sehr schön so bevor wir starten mit dem poolen denke ich ich gehe zuerst mal noch eine rauchen können durch eine pause geht aufs klo holt euch snacks gleich geht's mit dem poolen los so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wird schwierig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein. Nein, nein. verliere. wirklich 50-50. und direkt und direkt und direkt und direkt... Das war's. 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 Und. Von Pipe. Fähigkeitsstufe von Basics Angriffen Ausfüllung, Hilfe speziell Angriff, Angriffen Ausfüllung Hilfe. Okay, auch das Gleiche. Man kann sich nicht beschweren über diese Pugel. Das freut mich. Ich wollte ihn haben, weil er ergänzt sich super in meinem Eisteam, da ich ja Allen habe. Dann noch sie. Die Sukaku. Dann hätte ich mein Eisteam schon zusammen. Sie ist richtig geil, da sie Ether Schatten macht. Die Kirche. Hier habe ich nicht genug für... Hier habe ich nicht genug für... Okay. Zitzen Wie muss ich sie bauen eigentlich? Wo habe ich das jetzt? Das brauche ich nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Vielen Dank. Ich brüchte die Kanone. Ich gebe ihr die, 2, was muss ich denn bei ihr bauen, Metall und Swing, 4 Teile Metall und 2 Teile Jazz. Dann gehen wir zum CD Shop. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. 6th grade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dritscharten, das ist sehr gut Aber den Basisattribut ist scheiße Ist ja immer Verteidigung? Hmm. Dann brauchen wir Jazz. Aber warte, wir haben Jazz auch hier. Oder was hier? Mache dann... Oh, der ist gut. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich stelle mir die Frage, ob sie nicht die Hackerin ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe es nicht so vieles für heute. Ich glaube, dass ich nicht nur ein Wettbewerb hatte, dass ich nicht nur ein Wettbewerb hatte, dass ich heute nicht nur ein Wettbewerb hatte. Ich hatte schon mal einen Wettbewerb, aber... Ich habe mich nicht vergessen. Der Bringer, der Herr, der Herr, der Herr, ist nicht möglich. Aber wenn Herr Herr, der Herr, der Herr, der Herr, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kann mich nicht so sagen, dass es so schön ist. Ich habe mich in der Nähe, um einen Schwerpunkt zu tun. Ich habe mich in der Nähe, um mich zu entscheiden. Ich habe mich in der Nähe, um mich zu verletzten. Ich möchte mich in der Nähe, um mich zu sehen. Ich habe mich in der Nähe, um mich zu sehen. Ich habe nur noch einen Schnellen. Ich habe nur einen Schnellen-Geran für den Koffer oder einen Schnellen. Hier steht also eine Schnellen-Geran. Ich bin nur ein Schnellen-Geran. Ich bin ein Schnellen-Geran-Geran. Ich bin jetzt, Schnellen-Geran-Geran. Ich bin der Gale, der der Körner von Tenma Express. Ich bin der Körner von der Körner, und bin der Körner von Tenma Express. Ich habe den Körner von der Körner ausgesucht, und habe dann die Körner von der Körner ausgesucht. Ja? Was ist das? Ich habe einen neuen Tier ausgestattet. Ich habe keinen Fall, ich kann nichts sagen. Ich habe meine Errichtung nicht zu tun. Ich bin eininiinig, aber ich habe einen Anweshersteller gesagt. Ich habe einen Anweshersteller, der Volk-Konfer, was ich sagen? Was? 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 As I said before... ... Ok, I don't have a key in my mine... I was a very nice guy at the same time... ... I can't tell you what I was essentially giving you an idea... Well, it's easy to tell you. How many can you ask me about the castle? Now I want to show you the worst of my mine! ... Das war's für heute. Ich habe mich nicht so über die Erinnerung gesehen, aber ich habe noch nicht gesehen, dass ich mich über die Koffer nicht so interessiert habe. Ich habe mich nicht so über die Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer-Koffer. Aber wir sind alle ein guter Kind. Das war's für mich. Linscha. Linscha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt ein paar Leute, bei mir zu lernen, wenn ich mich an die Zwicklung erzähle. Dafür für mich. Ich schaue den ganzen Tag zu werden. Die Träume plateformeniki und Einzelden auch im Auftrag des Tages. Das war's für heute. 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 Und... Und... Das war's für heute. Das war's für heute, Und... 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ... 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 Ich bin ich für ein wie ein Wettbewerb, was ich für einen Wettbewerb an. Wie gesagt, Reise. Ich bin es für ein Wettbewerb, das Wettbewerb. Das ist für eine Wettbewerb, die Wettbewerb ist. Das ist ein Wettbewerb. Ich bin ich für ein Wettbewerb. Das war's für mich. Auf geht's! Heah! Hör, bleiben Sie! Heah! 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 Woh-do-me-do! Heah! Heah! Safety解除! Foha攻撃! Heah! 全てのエーテリアスを相当完了 まさかあのEMP発生装置 電子機器だけでなく エーテリアスにも効果的面とはな 次から次へと現れおって ここであやつを逃がせば また何かやらかさんとも限らんぜ ええ 犯人は誤禁制の品を持っているわけですから 犯罪組織との関わりも少なからずあるでしょう 必ず彼を捕まえて 背後関係を洗う必要があります 地面に残っている痕跡を調べますね 犯人は一体どっちへ逃げたのか 見なくてもよい あやつは右だ 先輩? どうしてわかるんです? 立つ鳥は跡を濁し 蛇の道には蛇の灰跡 一を見て銃を知れば 戦利とて終えよう これは 遥か先祖より伝わりし技術 どうだ? 主も学びたくなったであろう 待ってください メモしますから もう一度お願いします なぜ犯人が右に逃げたと確信の? 良いか? 立つ鳥は後… あの…もう少し分かりやすい言い回しにできませんか? 先輩のそれじゃ感覚だって言ってるのと変わりま… 感覚で間違いはないぞ 我の右手は先ほどから何やらピリピリしておる 先輩の体に… EMPの影響がそんなにも… 大丈夫ですか? 体には触りない… な? 主演よ あやつを捉えたら… うんと厳しくばしてやるぞ え…あらゆる点で一刻も早く捕まえないとですね うん あのEMP発生装置というのは本当に厄介だな リンもイアスも気をつけるんだぞ 主演さんとチンが犯人の捜索を再開した 僕たちも出発しよう 先輩、ここでら通れます 壁の上に穴があるけど、ボンプは手が届かない この装置を修理できれば、方法が見つかるかもしれない 破損した回路の内部にアクセスしました マスター、回路の… 回路の部品をいじ… 回路が復旧しました もちろん、私はやっぱり… 私はまだ、アクセスしていると… 私はやっぱり… 自分の装置にもっきり… 私はやっぱり… かつっと… 私はやっぱり… それの装置を見つけたら… 大事も… 大事に… Opa! Opa! Das Problem ist, wir können ja nicht sehen, wo wir hinfliegen. Das ist schon eine geile Mechanik, das mit den Rätseln da. Das war's. Das war's für mich. Das ist ein Wettbewerb. Das war's für mich. Kairu hat sich wieder zurückgekehrt. Okay, jetzt haben wir alles. Okay, jetzt sind wir hier. Auf geht's. 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 Ja! Da geht's! Ich bin ein paar Mal. Die Teamwork ist ein ganzes Ziel. Sie sind in der ganzen Welt. Sie sind in der ganzen Welt. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Ich muss nicht mehr aufhören. Ich bin ein paar Mal. Das war's für heute. Was ist das, was ich? Soこの市民 新エリートの現行放棄に基づき 危険な武器の不法所持 及び故意に他人の身体や 財産の安全を侵害しようとした罪で あなたを逮捕します あなたの名前は ご協力に感謝します モロンさん あなたには目避権があります フォローを出た後 あなたは弁護士に連絡するか 抗戦弁護人協会の支援を受けることができます 先輩 では局に戻りましょう 先輩 どうかしましたか 実は道中 我ら以外にも誰かがいるように感じておった その感覚が今しがた 突然 それは 倒しそびれたエーテリアスでも近くにいたのでしょうか エーテリアスではなく なんというか もっと小さくて すばしこいものだったように だが 我の錯覚かもしれない 何しろ今日は EMPに何度もやられた さすがに少々 体も応えたのであろう 主演よ 行こう モロンを局に連行した後は ロクドンガイのみんなに 逮捕の天末を報告せねばならな お見せ CHRIST しかし一応 もちろん 素晴らしい Kurt Good 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 Oh It's really because we're the two people I don't know You won't worry 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 Ich denke, aber ich habe mich auf die Befehl auf dich, auf das ich bin. Mein Name ist noch nicht Spiel. Ich bin kl repente. Wollen wir? Ja, ich bin kassier. Er hat mich auf den Kirchen geheißen und Videos gemacht. Das war's für heute. Das heißt, dass die EMP-vermögen sind, dass die EMP-vermögen sind. Wie ist das so? Die EMP-vermögen sind ein Mitglied der Folgen der Folgen. Das heißt, dass die EMP-vermögen sind, dass die EMP-vermögen sind, indem sie die EMP-vermögen durchgeführt haben. Das ist so? Die EMP-vermögen sind wichtig. Sie sollen sich zu sagen, ein Problem mit sich zu klären. Sie sollen sich durch einen K severalen Prägen. Das ist es einfach. Das ist so, diese EMP-vermögen sind. Sie sollen sich die EMP-vermögen haben. Keine Geräusche ist das Typ. Das war's für heute. Aber ich habe mich sehr dankbar für die Anbieter und ich bin froh, dass ich mit meinem Haus auf jeden Fall bin. Ich habe mich ein bisschen zu sagen, dass ich mich zum Beispiel auf die Anbieter sprechen möchte, und ich habe mir auch ein paar Sachen, die Anbieter zu erinnern, dass ich mich über diese Anbieter in einem nächsten Mal verabschiedsend habe. Das war eine Anbieter für unsere Anbieter. Was ist das? Ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht so gut bin. Ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger für die Bürger. Aber wenn ich mich für die Ausgabe auf die Ausgabe, dann kann ich das sehr helfen. Herr Kahn, ich habe einen Anruf. Ich kann auch einen Anruf. Ich kann auch einen Anruf. Das war's für mich. Es ist kein Gehirn. so dann und das ist auch die einleitung um zu sagen dass es für heute reicht die story war richtig geil hat mir richtig gefallen bin jetzt echt gespannt wie es in kapitel 2 der fortsetzung weitergeht was alles passieren wird bei der veranstaltung das sehen wir dann morgen ich bedanke mich wiederum an jene die alle hier im stream waren ich wünsche euch alle eine schöne nacht und ich hoffe wir sehen uns dann morgen wieder so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020